Ich war heute als Mädchen im Brookhaven unterwegs, hab erstmal ein bisschen rumgetrollt, dann wurde ich gebannt, dann hab ich wieder ein bisschen rumgetrollt und wurde wieder gebannt und naja, dann hab ich ein Pärchen gefunden und dieses Pärchen hab ich ein bisschen getrollt und naja, das ist passiert. Warte mal, wer ist er denn? Ihr Hunde? Dallao. Äh, jetzt schießen wir uns alle ab. Haben wir die alle um? Warte mal, hier ist ein Polizeizombie. Sei mal leise, du Eiri. Es dann wolltest du noch mit mir. Und wie es geendet ist, erfahrt ihr, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut, das Like da, abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir auch schon. Und als allererstes bewertet ihr einfach mal meinen neuen Online-Data-Skin. Seid mal ehrlich, Leute, ist schon fresh, oder? Also Leute, wir schauen uns erstmal hier diesen Server an. Ich sehe hier vorne auf jeden Fall schon mal zwei Online-Data, aha. Oh, ich glaube, die beleidigen sich, hä? Hä? Was schreiben die da? Okay, Leute, die beleidigen sich. Ihr müsst wissen, Leute, dieses Video nehme ich gerade um 0 Uhr auf. Und ihr wisst, was das heißt. Um 0 Uhr, also um Mitternacht, sind wirklich die allersassesten Spiele online. Also glaubt mir, Freunde, das wird heute super lustig. Okay, Leute, außerdem ist das einfach mal neu in Brookhaven. Es gibt in Brookhaven jetzt einfach Cards. Wie cool ist das? Also, Leute, hat jemand Lust auf eine Runde? Mario Kart, let's go! Wow, 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 wow! Hä? Warte mal, was steht denn da oben? Party-Haus 18? Okay, Leute, jetzt müssen wir gucken, wo ist Haus 18? Ähm, Haus 18? Hä? Haus 18 ist leer! Warte mal, wer ist er denn? Äh! Okay. Ich glaube, ich lasse hier mal in Ruhe, Leute. Aber was sehen meine Augen hier bei Haus 11? Was geht denn hier ab? Hä? Was steht auf seinem Schild? Moment mal. Ihr Hunde? Warte mal, was schreibt der jetzt? Äh, Leute, ich glaube, das hier, das ist so ein richtiger... Zollerhut. Warte mal, jetzt schreibt der, was willst du? Ich schreibe einfach mal dich. Jetzt schreibt der, was verfolgst du mich? Ich schreibe einfach mal, bist du... Slay! Jetzt schreibt der, Badoo... Du Karotte? Hä? Nur weil ich orangen Haare habe, dann ja ernst. Ey, Leute, was geht hier ab, Mann? Was steht hier? Wer einbricht, ist ein... Oh, ich glaube... Aha, das ist also dein Haus. Ach, Mann. Okay, aber was geht hier in diesem Haus ab? Aha. Ist das hier ein Online-Date-Haus? Okay, okay. Oh, Slender-Mädchen. Leute, wir wissen, Mädchen, die so in Roblox aussehen, sind eigentlich gemein. Die haben mich gerade gebannt. Ey, die haben hier einfach mal alle gebannt. Ey! Was macht die da am Haus, hä? Ey, Leute, ich sage es euch. Um diese Uhrzeit sind wirklich nur komische Leute online. Oh, warte mal, ich glaube, das Pärchen hat Streit. Der schreibt, was ist los? Oh, nein, Leute, die zwei, die haben Streit. Oh, warum schauen wir denen eigentlich alle zu? Hä, was machen wir hier? Jetzt schreibt er, lass gehen. Äh, jetzt schieße uns alle ab. Beruhig dich mal. Oh, warte mal. Das Pärchen hat das Spiel verlassen. Es wird Zeit, dass ich diese ganzen Spieler zu meiner eigenen Hausparty einlade. Ich schreibe einfach mal, mache Hausparty. Kommt alle. Slay. Hä, der schreibt, niemand will? Warte mal, und das Mädchen schreibt, können wir Kollegen werden? Äh, ja klar, Leute, ich habe eine Bestie gefunden. Und jetzt schreibt sie, super. Jetzt fragt sie mich, weißt du, wie ich den Rock ausziehen kann? Äh, yo, keine Ahnung. Am besten gar nicht. Okay, Leute, ich glaube, ich habe jetzt genug Freunde gefunden. Wir spawnen jetzt einfach mal hier ein Haus hin. Und hier machen wir eine Hausparty. Na los, Leute, kommt alle. Ja, du auch. Hier können wir trainieren, ein bisschen essen, ein bisschen Fernseher gucken und schwimmen. Also, Leute, hä, warum bleiben die alle stehen, hä? Oh, oh, Leute, ich glaube, die streiten sich schon wieder hier. Wirklich, alle Spieler nach 0 Uhr streiten sich einfach die ganze Zeit. Ganz ehrlich, Leute, ihr seht diese ganzen Spieler hier so. Und jetzt... Bahnen wir die, hallo! Ähm, sag mal, was geht denn hier bei der Polizeistation ab? Hä? Hä? Warte mal, hier ist ein Polizeizombie! Ah! Äh, Leute, was ist denn mit dem los? Hilfe, Leute! Äh, äh, äh. Äh, Leute, ich glaube, der ist tot. Oh, oh nein, der Zombie. Er hat sie gegessen. Apropos Essen, Leute, ich habe echt Hunger. Also, wir fragen einfach mal diesen Jungen hier. Wollen wir was essen gehen? Äh, oder scheint einfach nur nervt nicht? Äh, also ganz ehrlich, du warst eh hässlich. Äh. Jo, warte mal, der ist ja viel cooler. Ey, bleib stehen. Okay, jetzt fahr weiter. Äh? Warte mal, nur vier Jungs? Kein Ernst? Ich habe gerade einen Korb kassiert. Hm, Leute, hier am Spawn geht irgendwie nicht so viel ab. Äh, warte mal. Zwei Online-Dater. Oh, wie süß, Leute. Die haben sogar Matching-Outfits an. Wird Zeit, dass ich die Beziehung zerstöre. Wir sehen hier einmal Elias mit seiner Freundin Aileen. Und die sagt, bin auch oft stur, aber egal. Okay, Leute, ich glaube, die kennen sich gerade lernen. Hä? Ich glaube, die lernen sich gerade kennen, Leute. Aber ich schreibe einfach mal, Elias, dein Ernst? Gestern noch mit mir und jetzt so? So einer bist du also. Und er schreibt... Was, Bruder? Und Aileen schreibt auch schon. Was? Und er schreibt jetzt... Hä, was lauerst du? Er schreibt... Ja, ja, lüg dich, Elias. Tu nicht so. Und er schreibt... Hab dich nicht mal in Freundesliste? Oh, und Aileen ist von seinen Schultern weggegangen. Ey, was machst du? Jetzt schreibt er... Sei mal leise, du Eiri. Ich schreibe einfach mal... Aileen, ganz ehrlich, glaub ihm nicht. Und jetzt schreibt sie... Ey, Orangie, ich kenne ihn besser als du. Aber ich schreibe... Hm, das glaube ich mal nicht, Aileen. Sorry. Und jetzt schreibt Elias... Was denn gestern? Und Aileen schreibt... Schon seit fünf Monaten kenne ich ihn. Ich schreibe einfach mal... Er war gestern noch mit mir die ganze Zeit. Ich schwöre. Oh, jetzt fragt sie... Auf was schwörst du? Und Elias nennt mich Karottenkopf? Ich schreibe einfach mal... Also ganz ehrlich, Aileen... Wenn du belogen werden willst... Dann bleib bei ihm. Ist nicht mein Leben. Und Elias... Gestern wolltest du noch mit mir... Zusammen kommen. Oh, jetzt schreibt Aileen... Ey, lass ihn jetzt. Und sie nennt mich auch Karottengesicht? Ich schreibe einfach mal... Aileen, du tust mir leid. Jetzt schreibt sie... Ja, mir tut deine Mutter leid. Und ich schreibe einfach mal... Elias, schreib mir dann... Wenn du wieder keinen Bock hast auf Aileen... Wie gestern. Oh, oh, oh... Leute, habt ihr diesen Side-Eye gesehen von Aileen? Oh, warte mal... Habt ihr das gesehen? Oh, oh... Aileen hat gerade das Spiel verlassen... Um zu gucken, ob ich mit Elias befreundet bin. Und er schreibt... Digga! Jetzt schreibt er... Ey, mach nicht Beziehung kaputt. Aber Leute, ich schreibe einfach mal... Haha, bin Lamy und tolle dich nur für Video. Und warte mal... Er schreibt... Mag sie wirklich? Oh nein... Leute, wir machen gerade wirklich eine Beziehung kaputt. Jetzt schreibt er... Ey, dann sag ihr das. Okay, Leute, ich glaube... Wir sind zu weit gegangen. Er schreibt jetzt noch... Will sie dich verlieren. Und ich schreibe... Okay, Bro. Keine Sorge. Warte mal... Jetzt schreibt er... Bin ich dein Bro? Und das Mädchen ist wieder zurück. Und sie schreibt... Ey, Karottengesicht? Oh Mann, ey. Eigentlich wollte ich das Ganze jetzt auflösen. Aber Leute... Ich glaube, sie will mir was sagen. Ich schreibe... Ihr seid nicht mal befreundet? Du bist einfach nur eifersüchtig? Ja, Leute. Ich bin einfach nur eifersüchtig auf Aileen. Oh Mann, ey. Weil er so toll ist. Naja, ich schreibe einfach mal... Bin Lamy und tolle euch nur für Video. Und sie schreibt... Lamy mag keine Videos als Karottenmenschen. Ey, Leute. Die nennen mich einfach Karottenmensch, weil ich orangene Haare habe. Wie gemein sind die? Naja, Leute. Die glauben mir eh nicht, dass ich Lamy bin. Keine Ahnung, was sie mir jetzt noch schreiben will. Na, du Karottenmensch. Hör mal, so nennst du mich nicht. Jetzt schreibt sie... Verkauf mich nicht für dumm, ja? Leute, die glaubt mir einfach nicht, dass ich Lamy bin. Okay, Leute. Das Leben als Mädchen ist ein bisschen zu kompliziert. Ich glaube, Freunde. Wir wechseln einfach noch mal zu einem Jungen. Denn jetzt wird Zeit, dass ich wieder als Junge trolle. Das seht ihr aber dann im nächsten Video. Also, Leute. Lasst doch mal ein Like da. Abonniert den Kanal. Und ihr checkt links und rechts die letzten zwei Videos ab. Und vergesst nicht, Leute. Führt keine Online-Dater-Beziehung. Denn sonst kommt Lamy und macht sie kaputt. Ja, Leute. Bis morgen. Ciao. Nani ist kein YouTuber. Ey, aber Nani ist ein Superstar. Ey, ja, mein Lifestyle ist einfach wunderbar. Ich wurde nie leonär in nur einem Jahr.